Hallo ihr Lieben, hier ist Ressenschenmeyer, Part-Therapeutin bzw. Coach in Hamburg, in der Nähe von München und Berlin, das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Spiritualität, Liebe und so weiter. Ja, heute haben wir ein schönes Thema, bin nicht zu klammerig. Wie gesagt, ich versuche also eine kleine YouTube-Pause zu machen, aber klar, ab und zu kommen mal... Also erstmal wollte ich versuchen, Love Island noch ein paar Tage zu machen und dann mal gucken, zwischendurch mal, also das wird auf jeden Fall noch zu Ende gemacht, aber vielleicht dauert es ein bisschen. Und ab und zu kommen ja auch mal gebuchte Fragen rein, die mache ich natürlich auch noch weiter. So, also genau, wo geht es denn los? Wieder russische Mitbürgerin Chadetschkula und sie schreibt, Tolle Christian, ich habe schon lange ein Problem mit meiner Beziehung. Ich stelle mir schon lange die Frage, ob ich nicht zu sehr klammere und ob ich nicht eigentlich ein ganz normales Nähe-Distanz-Verhalten habe. Ja, normal ist natürlich ein weiter Range. Also was wir hier mal wieder uns angucken werden, ist diese... Heute möchte ich das gerne mal unter diesem Aspekt angucken, ja, wie beide in der Beziehung so eine Art Tanz aufhören, irgendwie. Ja, und was heißt normal? Also ich bin mittlerweile immer... Ich habe ja schon oft gesagt, aber ich denke, das immer mehr, dass... Also wir kriegen das immer... Wir spiegeln uns immer in unserem Gegenüber so, ne? Und wenn wir zum Beispiel sehr klammerig sind, dann ziehen wir halt gerne jemand an, der das Gegenteil von klammerig ist. Und jemand, der eher distanziert ist, zieht jemand an, der klammerig ist, so, ne? Damit wir uns auf die Mitte zu bewegen können, damit wir an uns arbeiten können, damit wir unsere Themen sehen. Und ja, da ist auch erstmal keine Bösartigkeit drin an diesem Punkt, sondern jeder... Ja, macht halt so, was er macht und ist mit seinen Themen beschäftigt, was jetzt nicht heißt, dass man nicht eigentlich viel mehr reden sollte und... Ja, die Dinge natürlich auf gar keinen Fall so lassen sollte, so, ne? So, zu mir. Ich hatte, wie die meisten mit Beziehungsproblemen, eine nicht einfache Kindheit. Oh, manche sagen auch, sie hatten eine einfache Kindheit gehabt und haben trotzdem Beziehungsprobleme. Meine Eltern... Was lese ich denn davon jetzt mal vor? Ständiger Wohnortwechsel. Fühlte mich oft... Ich wurde auf jeder Schule gemobbt, ausgeschlossen. War auf acht Schulen. Kinderheim. So vernachlässigende Eltern. Ich war sehr kuschelbedürftig, weil meine Mutter konnte mir auch nicht geben, was ich brauchte. Dann bin ich zu selber mal in die Klinik gekommen. Meine Eltern haben mich nie besucht. Oh Gott, also wirklich mein Mitgefühl zu dir. Das ist ja furchtbar. Furchtbare Kindheit. Und das kann ich jetzt schon sagen. Dafür führst du eine echt ordentliche Beziehung. Wenn man das jetzt mal so in Relation setzt und das überhaupt, ja, einigermaßen und scheinbar auch recht gut funktionierendes Leben führst, nach der Kindheit, wirklich mal eine hohe Achtung. Das wolltest du dir jeden Tag sagen, wirklich. Aber ich war immer sehr ehrgeizig und habe mich nach der Klinik-Zeit nur auf die Schule konzentriert. Ja, also gegen viele Dinge können wir nichts machen, wie sie uns im Leben passieren. Wir können doch immer überlegen, wie gehen wir damit um. Also lassen wir uns davon pushen und sagen, so jetzt erst recht. Oder lassen wir uns davon unterkriegen. Oder sagen wir einfach, mir ist eh alles scheißegal. Ich mache einfach gar nichts mehr. Das muss jeder selber entscheiden. Sollten wir auch nicht werten von außen. Aber ja, ich finde es cool, dass du das so aufgenommen hast, dass du dich reinhaust jetzt. Ich habe noch einiges erlebt, aber ich glaube, es wäre jetzt zu viel. Jetzt arbeite ich und habe mittlerweile einen guten Job. So, das hast du auch schon mal im Griff hier. Seine Eltern ja schon mal nicht hatten. Mein Freund hatte eine gute Kindheit. Ja, was immer. Also jetzt muss man natürlich sagen, dass, weiß nicht, ob das so bekannt ist, dass viele bindungsängstliche Menschen ihre Kindheit glorifizieren. Also jemand, der bindungssicher ist, der hat eine, was weiß ich, der sagt so, ja, ich hatte eine ganz gute Kindheit. Klar, ein paar Sachen waren schon ganz schön blöd und weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung. Wir waren in so einem Rapper-Stadtteil und die Musik war immer so laut und, äh, was weiß ich. Also man sagt dann schon, ja, ein paar Sachen waren blöd, aber insgesamt war es eigentlich ganz okay, dass sagt jemand, der bindungssicher ist. Manche Minuspole glorifizieren ihre Kindheit und sagen, also gar nichts, nichts, überhaupt keine Probleme, gar nicht. Also natürlich nicht bewusst, sondern so, ähm, ja, wie in so einer Abwehr, dass da so ein Riesendeckel drüber gelegt wird. Und es, äh, es war einfach nichts und gar nichts und nichts und nichts und nichts und gar nichts und fertig aus, so, ne. Von daher, ich kenne meine Freundin jetzt nicht, äh, sollte man so eine pauschale Aussage, meine Kindheit war gut, und ist auch so eine Sache, unter Umständen. So, zum Auszug, äh, hat er Geld geschenkt bekommen. Ähm, ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, dass sein Freund eine ganz andere Kindheit hatte. Also du hattest auch gesagt, dass seine Eltern, äh, eher ständig Geldsorgen hatten. Und es ist total spannend, dass du jetzt einen Freund anziehst, dem die Eltern auch Geld hinterherwerfen. Und ich würde sowas alles annehmen als, boah, das ist ja spannend, was ich mir da, äh, was das Leben mir da zeigt. Und, äh, so, weil das sind ja alles auch Sachen, die du vielleicht gern in dein Leben ziehen möchtest, ne, finanziellen, äh, Sicherheit, sag ich jetzt mal. Ähm, jemand, der nicht so hard hat mit der Kindheit. Also, dass ein Partner ist ja auch immer so ein bisschen, was wir auch gerne hätten, ne. Und ja auch dann bekommen können durch den Partner so ein bisschen. Äh, so, also nie Geldsorgen. Ich habe ihn in meiner Ausbildung kennengelernt. Dann habe ich ihn wiedergefunden durch Zufall. Naja, mit Zufällen habe ich es ja nicht so, äh, wir haben uns verliebt. Ich habe ihn besucht, ja, er mich auch. Aber irgendwann haben wir nie viel geschrieben. Ja, ich bin ja nicht so ein großer Freund von zu viel Geschreibsel. Aber klar, innerhalb einer Beziehung wünscht man sich das natürlich schon. Er hat dann meistens am Donnerstag geschrieben, ob wir uns dann am Wochenende sehen wollen. Ja, okay, da geht es jetzt so langsam los. Wie gesagt, ich will ja, ich suche, werde hier keinen Bösen suchen heute. Einfach nur, passt hier, passt hier nicht. Ähm, und wie gesagt, wenn man von irgendwas zu viel hat, dann gibt einem das Universum gerne jemand, der das zu wenig hat. Und, äh, ja, das könnte jetzt in diesem Moment bedeuten halt, ähm, dass, wenn du kuschelbedürftig bist, er dir erst Donnerstag schreibt, ob ihr uns, ob ihr euch am Wochenende seht. Das würde ich, also mach Modul 1, jeder von euch macht Modul 1, wirklich. Äh, umprogrammierungsliebeschips, äh, Standards und Dealbreaker, äh, das sollte man echt aus dem FF drauf haben. Weil, äh, man könnte jetzt leicht denken, so, ja, ich will dem ja nicht auf den Geist gehen und ich warte dann immer auf den Donnerstag. Aber, hey, vielleicht hast du ein ganz anderes Bedürfnis. Vielleicht hast du das Bedürfnis, zu sagen, hey, ich möchte das gerne planen. Dann hätte ich auf jeden Fall aus heutiger Sicht in der Beziehung, würde ich sagen, wie, du kannst nicht eine Woche vorher planen. Was ist das denn für ein Scheiß, ne? Und so muss man auch manchmal da rangehen, wirklich so frisch, nicht immer so auf Eierschalen laufen, äh, sondern einfach, ja, ran an den Speck und sagen, was soll das? Können wir das nicht irgendwie mal eine Woche vorher ausmachen? Ist das schon zu bindungs-, wirst du dann schon bindungsängstlich, wenn wir ein Date ausmachen, oder was? Ähm, so, nicht jeder muss viel schreiben, habe ich mir dann gedacht, das ging auch fast an, ja, gut. Ja, wie gesagt, das sind, das sind jetzt eine Standardsfrage, das sind keine, das sind bisher keine Deerbreaker, das sind Standards aushandeln, so, ne? Ähm, dann wollte er abends nicht mal so lange kuscheln und ich konnte das gar nicht aushalten und wir haben uns deswegen gesteckt, dritten, das kam fast jedes Wochenende vor. Ja, das ist jetzt so ein bisschen, es geht jetzt los mit diesem Kompatibilitätsthema, so, ne? Ähm, weil du hast natürlich, also auch als Pluspol, man hat kein Recht auf irgendwas, man kann nur gucken, ob man etwas da bekommt oder ob man es nicht bekommt. Und wenn man es nicht bekommt, äh, das hatte ich ja auch schon oft thematisiert, wird man manchmal als Pluspol auch sauer, ne? Aber, ähm, ja, wo es irgendwas nicht gibt, also man will es einfach nicht akzeptieren, dass es das da nicht gibt. Das hat natürlich, das ist ja auch gut, dass du über deine Kindheit erzählt hast, das hat natürlich mit diesen Kindheitswohnungen zu tun. Ähm, ja, ob man das jetzt spirituell sieht oder psychologisch, äh, dass man sagt, das ist so eine Art Wiederholungszwang, wie Freud gesagt hat, also, dass du so Themen wiederholt. Aber natürlich wiederholt sich ja was für dich, ne? Äh, und man sollte es ansprechen, man sollte sich nicht drüber streiten, äh, im Idealfall und einfach irgendwann feststellen, ja, kann er nicht, will er nicht. Und es gibt so eine, also, auch zu deiner Grundfrage, möchte ich auch zurückkommen jetzt, bin ich zu klammerig, ja, also, man, du bist, wie du bist, aber tatsächlich gibt es in diesen Beziehungen dann, ähm, wo es ganz viele von gibt, häufig dann so eine Dynamik, wo derjenige, der zu viel, also, soll ich mal sagen, auch im Minuspol, das ist jetzt, also, ja, wie soll ich mal sagen, wenn du immer da bist, immer da bist, immer verfügbar bist, immer, äh, immer ihn brauchst, immer ihn brauchst, immer ihn brauchst, äh, kann das eine Beziehung manchmal auch überfordern. Und dein Freund das Gefühl haben, boah, ich, das ist mir zu viel, ich muss jetzt mal Grenzen setzen, so, ne? Äh, beziehungsweise, turnt ihn das vielleicht auch, oder, weiß ich nicht, lässt, weiß ich nicht, bist du als überverfügbar, hab ich das immer nenne, sag ich mal so. So, und dadurch, äh, das führt manchmal dazu, dass der andere sich dann zurückzieht, also, ich würde das jetzt aber nicht so sehen, ich würde es so sehen als so eine Beziehungsdynamik, wo du was lernen kannst, er natürlich auch so, ne? Das heißt, wenn jemand tatsächlich, wenn man so will, zu klammerig ist, führt das beim anderen häufig dazu, dass er zu distanziert wird, so, ne? Das heißt jetzt aber nicht, dass es deine Schuld ist, das heißt auch nicht, dass es seine Schuld ist, sondern dass ihr so eine Beziehungsdynamik habt und die, immer die Frage im Raum schwebt, seid ihr da wirklich kompatibel, so, ne? Ja. Ja, ich, also, müsste man sich jetzt den genauen Ablauf erzählen lassen, also, falls du zum Beispiel dann vorher gegen die Tür gedonnert hast und dann gesagt, ich will mit dir reden, ich will mit dir reden, also, nur mal als Beispiel, ich weiß nicht, ob es so war, dann wird vielleicht auch dieses sich einschließen Sinn machen, jetzt hört sich das so weird an, aber, sehe ich jetzt mal auch als, einfach als Zeichen dieser Beziehungsdynamik, ne? Einmal hat er deswegen den Urlaub storniert. Ja. Sehe ich als auch Problem dieser Beziehungsdynamik, das hört sich jetzt so hart an, aber wenn er, weiß ich nicht, da müsste man jetzt auch wieder die ganze Geschichte wissen, also, bis hierhin hat er dich ja zumindest nicht angelogen und so, sondern, vielleicht muss man einfach sagen, ihr habt unterschiedliche Bindungssysteme, und, ja, ja, seitdem ist er nicht mehr so nett zu mir, ja. Aber auch das gehört dazu, das ist natürlich, ähm, nicht in Ordnung, so, ne? Also, aber das ist dann aber auch, was passiert, wenn einer übernett ist, also, ich mach dir das heute mal so ein bisschen auf, wie bei Beetz häufig, äh, Robert Beetz mit diesem Arschengel, ähm, also, er spiegelt dir sozusagen die Seiten vor, die du nicht lebst, ne? Das Unnette, das Distanzierte, und du spiegelst ihm seine Seiten vor, die er nicht lebt, ne? Er kritisiert mich oft, hat keine Lust mit mir einzukaufen, macht er aber dann aber doch. Ja, offensichtlich ist er jetzt nicht mehr so verliebt in dich, sag ich mal. Und, ähm, und ich denke, dass diese Kritik, also, Kritik ist natürlich, also, bin ich überhaupt kein Freund von dieser unnötigen Kritik, das wisst ihr alle, aber was auch, die Frage ist auch so ein bisschen, äh, was steht dahinter? Also, ich denke, diese Distanzwünsche, die er nicht ausspricht, die führen dann wiederum zu dieser Kritik, so, ne? Also, keine Ahnung, vielleicht würde auch noch eine Paartherapie helfen bei euch so, aber das Problem ist, dass das ja auch schon echt lange geht, wie wir gleich jetzt, glaube ich, später lesen werden. Dann hat er öfter von Trennung gesprochen, das wollte ich natürlich nicht, und seitdem konnte ich mich gar nicht mehr durchsetzen. Ja, also, jede Beziehung ist ja auch so ein kleines Machtspiel, und da bist du jetzt ganz hinten dran. Ähm, wie gesagt, ohne dass ich jetzt sagen würde, der andere sucht, macht, aber der Minuspol bekommt häufig die Macht, so, und ob er sie haben will oder nicht. Also, das hat Paul Watzler ja schon gesagt, wer weniger will, der bestimmt mehr. Allerdings hat er auch mehr Verantwortung dann für die Beziehung, so, ne? Weil, ja, weiß ich nicht, wenn ich immer nur meine Distanzwünsche durchsetze, dann muss ich mich nicht wundern, wenn es irgendwann nicht funktioniert, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jemand öfters von Trennung spricht, also da würde ich dich wirklich auffordern, weiter an dir zu arbeiten, an deinem Selbstwert, ähm, da würde ich wirklich sagen, ey, braucht kein Mensch. Also, insgesamt würde ich dir raten, viel anzustreben, ein viel höheres Selbstbewusstsein, ein, ähm, ein bisschen mehr Diva und sagen, ey, das soll also wir nicht behandeln, ne? Äh, also das, weil das, ich denke, wenn du da mal einmal so ganz cool sagen würdest, weißt du was, äh, pff, macht doch aus mir scheißegal. Ich übertreibe, ich übertreibe ja immer so ein bisschen, ne? Aber ihr wisst schon, was ich meine, ähm, das würde ihn, glaube ich, ein bisschen schocken, so, und vielleicht mal ein bisschen aufwachen lassen, so, ne? Aber das darf man nur sagen, wenn man es auch meint, sonst hat es keine Wirkung, so, ne? Wenn es dir nicht, wenn es, äh, sollte einem ja auch nicht völlig egal sein, aber wenn du dann auch dich nicht distanzieren könntest, dann nützt es auch nicht viel, so. Ähm, so. Wir haben uns dann mal wieder vertragen und schöne Zeiten erlebt. Wir gehen noch zusammen essen und manchmal spazieren. Gut. Bevor wir zusammengezogen sind, hat er mich nach einem Streit wieder nach dem Kuscheln als, äh, Schlampe beleidigt und ich bin abgehauen. Ja, Schlampe ist natürlich ein verbaler Dealbreaker, ne? Das würde ich schon ganz klar sagen. Äh, wiederum, wir suchen immer nach Mustern. Also, wenn jetzt in einer, sagen wir mal, zehnjährigen Beziehung mal einer irgendwann völlig die Fassung, vielleicht noch leicht alkoholisiert, die Fassung verliert, äh, okay, aber eigentlich ist es schon ein verbaler Dealbreaker, wo man eigentlich, also, das ist schon heftig und das musst du dir auch nicht sagen lassen und das, ähm, da dürftest du auch mal sowas sagen wie, das sagst du noch einmal und ich bin weg, so, aber da müsstest du es auch meinen, irgendwie, ne? Das ist, ähm, wir haben uns vertragen, seitdem ist es auch nicht wieder vorgefallen. Okay, also es ist nicht nur schlecht hier, ne? Äh, wir wohnen jetzt, sind, äh, sieben Jahre zusammen und wohnen fünf Jahre zusammen. Ähm, anfangs haben wir viele Abende miteinander verbracht, Filme sehen, leider war, war ich immer noch so anhänglich. Das hat sich nach einem Streit komplett gelegt. Ich glaube, jetzt dieses Zusammenfilme gucken. Er sagte zu mir, dass er sich immer so wohlfühlt und will lieber am PC zocken. Ja, also ist jetzt eine ehrliche Aussage, wo man wieder gucken kann, also, ja, also ich vermute mal, dass er viele Sachen dir zuliebe gemacht hat. Also, hört sich so ein bisschen an, wie jemand da, äh, so mit, weiß ich nicht, weiß ich nicht, was ich mal so Koop-Hinengebindung, sagen Sie, ne? Also dieses, dass er einfach auch nicht sagt, ne? Er sagt, also, dass er viel zu lange wartet, viel zu lange mitmacht und dann sich selber verliert darüber und dann bricht es irgendwann aus ihm raus und dann geht er so ins andere Extrem, ne? Jeden Tag ein paar Stunden, jede Woche kommt einer seiner Freunde und dann wird zehn Stunden gespielt. Ja, das an sich finde ich jetzt, ich meine, jeder sollte seine Freiräume haben und das ist halt wieder so eine Kompetenzitätsfrage, ne? Passt ihr da zusammen oder nicht? Das finde ich jetzt allein, das hört sich natürlich, weiß nicht, vielleicht sieht das, denkt da wieder jemand, der ist spielsüchtig oder so, aber, also ich vermute mal, dass ihr ja immer noch recht jung seid und, pff, ist ja am gutem Alter, haben ja nicht so nichts zu tun, aber, ja, er macht jetzt halt sein Ding so, ne? Mh, finde ich jetzt aber nicht in sich irgendwie eine Red Flag oder so, ne? Meine Meinung. Er hat schon immer PC gespielt, aber nur, wenn ich bei der Arbeit war, muss er nicht arbeiten, ey? Was ist das denn? Also hört sich auch so ein bisschen so an, als wenn er irgendwie vielleicht nicht den Drive im Leben hat, den du hast, weiß nicht, ob dich das nicht nervt irgendwie. Er ist im Moment nur noch angenervt von mir, ey, das ist natürlich Mist, also jetzt geht es natürlich wirklich nach Süden bei euch da. Ich habe schon Rahmachen probiert, indem ich mal zu einer Freundin gefahren bin, das bringt leider nichts. Ja, das hätte ich tatsächlich jetzt auch mal empfohlen, das hast du jetzt schon gemacht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Zu einem Feiertag war es sehr schlimm, da wollten wir brunchen, das wollte ich nicht, dann hat er gesagt, hau ab. Ja, das, also ich finde, also offensichtlich hat er keinen, also gut, das ist jetzt zweite verbale Komplettentgleisung. Ja, da würde ich, sag ich, sei da ein bisschen mehr, sei da Diva und sag, ey, so redest du nicht mit mir. Und ich denke, das Universum möchte, dass du tatsächlich dieses ein bisschen Abhängige von dieser Beziehung hinterfragst, aufgibst und ja, für deine Standards und D-Racker einstehst. Und diese Ängste, die damit einhergehen, wenn du das tust, die anzugucken, dann reicht mir gegebenenfalls nochmal Therapie zu machen oder Beratung. Oder er könnte auch, wie gesagt, auch mal ein paar Beratungen, wobei ich könnte wetten, dass er da keine Lust hat. Aber so geht es natürlich nicht, ne? Also Respekt, also ohne Respekt, keine Liebe, sage ich immer. Und wenn er dich nicht respektiert, das darfst du dir nicht bieten lassen, weil wenn das, das finde ich auch echt nicht gut, ne? Und wenn jemand erstmal auf der Spur ist, das er eigentlich mehr respektiert, dann weiß man auch nicht. Dann kommen, passieren häufig auch noch andere Sachen und die dann, also wie gesagt, dann ab dem Punkt neigt es dann dazu, schlimmer zu werden. Das möchte ich natürlich nicht, ne? Äh, dann war er böse, ist woanders hingefahren, bin ich hinterhergefahren, ist er zurückgekommen. Aha. Ich habe schon viele Fehler gemacht, ich konnte ihm nicht böse sein und die kalte Schulter zeigen. Ähm. Ja, es geht ja darum, dass du Grenzen setzen kannst, ne? Das Grenzen setzen muss nicht unbedingt böse sein oder kalte Schulter. Aber ich denke, ich sehe das gleiche Problem wie du, dass du einfach viel zu plusbohlig, nachgiebig bist. Und damit drückst du ihn auch weiter rein ins Minus. Aber, wie gesagt, ich hatte trotzdem mit seinem Verhalten, ich weiß gar nicht, wie ich das immer sagen soll. Es hat, also ihr habt eine gemeinsame Dynamik, trotzdem ist sein Verhalten nicht deine Schuld oder so. Das ist seine Wahl, ne? Er könnte auch eine andere Wahl treffen. Aber du könntest auch eine andere Wahl treffen, indem du für deine Grenzen einstehst. Und das würde ich dir auch raten, so, ne? Für eine Woche oder zwei ignorieren konnte ich bisher nicht. Ja, aber das wäre tatsächlich notwendig, glaube ich. Also, ich würde tatsächlich mal eine Pause machen und sagen, du, ich glaube, wir machen mal einen Break hier. Und der müsste dann vielleicht mal ein bisschen länger sein, ne? Das war ein Monat oder so, dass du ihm auch mal gar nicht mit ihm Kontakt aufnimmst und gucken, ob er da ein bisschen zur Besinnung kommt. Und ich komme immer an, ich weiß jetzt, was ich, nicht, was ich gegen dieses Zocken machen soll. Ich finde das Zocken nicht so ein großes Problem, sondern wie er dich behandelt. Und das, also natürlich, gegen Zocken ist jetzt nichts einzuwenden, aber natürlich muss er dich weiter respektieren, wertschätzen, hochachten, dich ordentlich daten und natürlich auch genug Zeit mit dir verbringen. Und ich, wie gesagt, ich frage mich überhaupt, was macht er denn den ganzen Tag? Also, klar, wenn er den ganzen Tag, wenn er nicht arbeiten muss, dann kann er den ganzen Tag zocken. Ob ich denn da irgendwas überlesen oder so? Ja, ich glaube nicht. Dann würde ich natürlich auch sagen, hey, wenn du den ganzen Tag gezockt hast, dann möchte ich gerne auch abends mal irgendwie, weiß ich nicht, nicht zwei zu zweit haben. Ich glaube, dass die Erwartung, dass sein Freund mit dir jeden Abend vorm Fernseher sitzt, das ist, glaube ich, ein bisschen viel verlangt. Weil ein Stück weit musst du auch einfach akzeptieren, dass er andere Wünsche hat. Aber es sollte einen Kompromiss geben, wo beide mit leben können. Dass man vielleicht sagt, ja, drei Tage machen wir jetzt zusammen, vier Tage macht jeder was für sich oder andersrum. Aber die Frage ist immer, geht da Kompromisse ein oder nicht? Wenn er einfach nur sein Ding durchzieht, dann kannst du das, glaube ich, echt vergessen. Und das, also das ist wirklich diese Frage, ob er dich noch respektiert, die musst du wirklich klären. Achso, jetzt kommt auch noch die Frage, bin ich zu anhänglich für deinen liebsten Abend, am liebsten jeden Abend mit dem Fernsehen? Ja, wie gesagt, das ist Teil dieser Dynamik und ich wette mit dir, wenn du in eine Beziehung kommst, zu einem bindungssicheren Menschen, wirst du auf einmal diejenige sein, die sagt, ich brauche mal Abstand und wirst es dann verstehen, so wie man auch in beide Pole rutschen kann. Aber gut, das ist jetzt nicht der Fall, also weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht sagen, völlig hoffnungslos, also, aber ich glaube, da muss man jetzt echt was machen, weil so geht es nicht weiter, dass er sich so behandelt, denke ich. Das ist einfach nicht gut. Und, ja, guck mal, wie weit du mit den Kursen kommst, guck mal, ob du da noch Support brauchst. Und, ja, Paartherapie könnte man da mal machen, wenn man sagt, das ist einem wert. Aber das wäre ja auch schon eine spannende Frage, ob er, ihm die Beziehung noch so viel wert ist und wenn nicht, hättest du auch eine Antwort. Ich muss aber sagen, so Bauchgefühl-mäßig würde ich mal sagen, ich glaube, da kannst du jetzt vielleicht einen Schritt weitergehen und kannst vielleicht auch sagen, ich glaube, ich hätte gerne einen Partner, der mehr Nähewünsche hat und ich kann meine Abhängigkeit von Beziehung oder von dieser Beziehung noch weiter lösen. Vielleicht ist das dran, so bei dir. Ja, freue mich über eure Kommentare, natürlich auch liked und abonniert meinen Kanal. Vergesst nicht mal zu sagen, es ist wirklich auch gut für die Auffindbarkeit. Drückt die Glocke, sonst bekommt ihr auch keine Benachrichtigung bei Livestreams und so. Und wir sind diese Woche am Donnerstag auf Twitch und diskutieren über das großartige Bachelor-Wiedersehen. Das ist auch für Freunde der Bindungs- und Verlustangst ein Schmankerl, kann ich euch jetzt schon sagen. Dafür sollte man das vielleicht Mittwoch mal vorher geguckt haben auf RTL. Und ich empfehle euch sehr, was, glaube ich, vielleicht schon online ist, wenn das Video herauskommt, hier die Folge 11 von Love Island. Also es ist wirklich wie auf dem Silbertablett zu sehen, wie diese Plus-Minus-Pol-Geschichte funktioniert. Und ohne, dass da jetzt einer irgendwie, dass man jetzt einem so direkt die Schuld geben könnte oder so. Das ist super spannend, das mag ich an diesem Trash-TV-Sendung. Nicht echt. Total cool. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen. Wir sehen uns bald wiedersehen.